Die Jugend, ne? Wir wollen zu Hause, aber die Jugend will beitragen. Denn wir wollen uns natürlich verabschieden, so wie sich aber in den 70ern immer verabschiedet hat. Und wir sagen, liebe Gäste, Dankeschön fürs Kommen hier zu den Kulturtagen im Schloss Böckstall. Und mit Ihnen singen wir gemeinsam am Schluss. Thank you for the music. Alles Liebe, alles Gute. Und einmal noch ein großer Applaus für den Mann mit tausend Tasten, unser Joe, heißt Benni. Es sagt, auf Wiedersehen und Gute Nacht, unsere Gabi, Isaac Netta. Die zweite Dame, unsere Martina, Eis-Anifried. An der Gitarre, ein Mikrofon, euer Marc Eisbier. Böckstall, das war Spitzel. So I say thank you for the music, the songs I'm singin', thanks for all the joy they're bringin'. Und natürlich unser Castingshowgewinner, Dachau. Mega Mohammed w redo. Mama says I wasn't dancin' before her. She says I began to sing long before her time. And I offend one day, did it all stuard? Musik So, liebe Gäste, liebe ABBA-Fans, wir wünschen euch einen schönen Ausgang an den Bars, ein gutes Nachhausekommen, einen wunderbaren Wochenstart. Dankeschön, Pöckstein, wunderbares ABBA-Konzert, alles Liebe, alles Gute, ABBA-Fan-Evo! I ask in all honesty, what will I be? Without a song, no matter what, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Dankeschön! Alles Liebe, alles Gute! Jetzt gibt es noch, glaube ich, die Chance, Fotos zu machen, einfach aus uns auf die Bühne kommen und dann sehen wir uns an der Bar! Danke, Pöckstein, das war wunderbar!